Von hier müssen die kommen. Ach, ich hab keine Ahnung. Diese Spawns hier in diesem Spiel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, und da kommen sie doch von hinten. Genau da, wo ich eine Sekunde davor gespawnt bin. War irgendwie auch klar. Hey, was geht Leute? Mein Name ist Lothitz. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und willkommen zu meinem COD Ghosts Motherthon. Was das Ganze ist, erkläre ich euch jetzt. Nur Spaß tue ich gar nicht. Doch, klar. Dein Gefallen. Also, das alles ist ganz einfach. Und zwar spiele ich jetzt, ich fange erst mal klein an mit drei Spiele hintereinander. Und die lade ich dann die nächsten drei Tage hoch. Und ich muss wirklich die drei Spiele dann hochladen. Egal was passiert, egal wie schlecht ich bin oder was auch immer. Auf jeden Fall muss ich die hochladen. Und deswegen lasst uns immer unsere Klasse erstellen. Und die haben wir schon erstellt. Deswegen lasst uns erstmal in ein Team-Death-Match gehen. Die werden einfach immer runtergehen und andere Spiele-Mode ist dann auch austesten. Aber erstmal Team-Death-Match. Oh, Strike Zone. Irgendwie Strike Zone erinnert mich übel an Dome irgendwie. Wir alle wählen immer Strike Zone. Weil die die kleinste Map ist. Weil man immer am leichtesten Gegner findet. Und so weiter und so fort. Äh, aber naja. Außerdem bin ich dann aufgestanden. Und ich bin noch ein Tickchen müde, muss ich sagen. Ähm, aber, ja. Bisschen chillen, paar Videos drehen. Euch ein bisschen abschlecken, weil es euch immer so gefällt. Und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, in letzter Zeit brauchte ich eine Pause von Call of Duty Ghosts. Deswegen habe ich am leichtesten Spiel meistens nur Minecraft gespielt. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Und, ähm, ich muss sagen, auf Dauer geht dieses Spiel auch auf den Pisser. Das hätte ich aber nicht gedacht, weil bei MV2 war das ja auch so, dass ich wirklich süchtig nach dem Spiel wurde. Und ich glaube, ich habe ein, nee, drei Monate wirklich nur durchgezockt. Die ganze Zeit durchgezockt. Sogar länger, glaube ich. Und, ja. Bei dem Spiel ist es halt manchmal so, dass ich auch mal eine Pause brauche. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Was? Ich konnte es nicht nachvollziehen? Ehrlich nicht? Oh, das ist aber schade. Okay. Könnt ihr mir bitte mehr davon erzählen? Was? Nein? Oh, schade. Kleiner Spaß. Okay. Ah. Dieser Hotdog-Guy, der guckt mich immer so komisch an. Okay, lass uns einfach die Vector benutzen. Auch wenn wir keinen nicht mal Spezialist dabei haben. Scheiße. Egal, dann lass uns die AK-12 benutzen. Und Spaß haben mit der Waffe. Ich liebe die Waffe. Ich liebe deine Muskeln, AK-12. Was? Die AK-12 hat doch gar keine Muskeln. Von was redest du denn, Danny? Übrigens, ich wollte mir die PS4 jetzt auch holen. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr euch holt? PS4 oder Xbox One? Und komm schon, erster Kill, komm schon, erster Kill. Nein, der hat mir in die Kill geklaut. Das Arschloch. Was macht der hier? Digga, chill mal. Komm mal hoch, Alter. Was? Camper! Oh, das ist ein kleiner Camper. Oh, erstes Spiel am Morgen, Alter. Schon wieder fängt... Fängt natürlich schon wieder gut an. Muss man ja natürlich wieder sagen, ne? Fängt natürlich wieder grandios an. Gut gemacht, teammate. Weiter so. Ich bin sehr stolz auf dich. Oh, oh. Oh, ich wurde gestunt. Oder keine Ahnung, was das ist. Natürlich weiß ich, was das ist. Ich hab euch nur verarscht. Vorredner, 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 vorredner. Ja! Bäm! So. So, ich suche jetzt überhaupt mehr Gegner. Wo sind die alle? Wo kämpfen die alle rum? Ja, da. War so klar irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, von wo er langkommt. Er kommt von unten. Ja, ich wusste es. Ja, die spawnen jetzt alle dort. Aber kein Ding für den King. Okay, dieser Spruch ist alt. Und ich sollte mir einen anderen Spruch suchen. Aber ein anderer Spruch ist mir nicht eingefallen. Konzentration. Dann die Konzentration. Okay, die spawnen hundertprozentig alle. Komm, von hier jetzt. Vor allem, die campen auch alle dort. Ich hasse Camper. Ja, hab ich doch gesagt. Stirb, du missgeburten Camper. Mein Ami ist zwar nicht so gut, weil ich wirklich aufgestanden bin vor kurzem Ersten. Nein! Oh mein Gott. Was zum Teufel? Ich gebe mein Bestes, Alter. Ich gebe mein Bestes. Ja. Oh, hab ich nicht... Oh. Kawa, Dieb. Mein Teammate ist ein Dieb. Ein richtiger Dieb. Ja, den haben wir locker flogig aus der Hüfte geholt. Oh, was macht der da? Der slidet. Der beste Slider ever. Komm hoch. Trau dich, Alter. Hab keine Angst zu sterben. Jeder muss mal sterben, wenn er mir begegnet. Planeten hat drüber. Alter, ich kriege echt nicht mal Killstreaks. Ich kriege gar nichts, Alter. Ach, das ist auch mein erstes Spiel des Tages. Ohne Zeitung, ich benutze diese Ausdrehen immer. Aber es ist wirklich so, jetzt ohne Scheiß. Guck mal. Ja, ey, Alter. Alter Schwede, ist es peinlich, mit solchen Gegnern zu spielen. Ich hasse die Gegner, ohne Scheiß. Ich hasse sie zu überziehen. Ja, mein Teammate wurde gerade richtig geowned. Mein Teammate wurde gerade so geowned, Alter. Hab noch nie einen Teammate von mir gesehen, der so... Ja, und der Sniper, der kämpft natürlich um. Lass uns nach hier hin. Nein! Der holt uns immer. Jetzt leist es mir. Stopp! Geht doch. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Teammate, das machst du sehr gut. Los, treff an. Attackiere den Gegner. Kriegst ein Knochen, Teammate. Kriegst ein Knochen, Teammate. Du wirst dir mal sagen, Alter. Wenn ein Teammate eine gute Arbeit geleistet hat, dann müsste ich sagen, er kriegt ein Knochen. Und ich kacke die hier richtig ab beim ersten Spiel. Aber wie gesagt, nur Aufwärmung. Und mein Teammate wurde gerade wieder geowned. Aber wir gewinnen wenigstens das Spiel. Darum geht es auch, Leute. Es geht hier nicht immer um einen selber. Es geht auch um das Team, damit das Team gewinnt. Damit die Leute nicht so enden wie ich und eine 0,3-Siegerquote haben, weil sie immer das Spiel verlassen. Aber bitte sagt es niemand anderem, okay? Das bleibt bitte unter uns. Okay, da sind alle Gegner, aber da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich Angst habe. Ja, ich habe Angst. So, lass uns mal einen anderen Weg nehmen. Du hast mein Teammate getötet. Davon musst du leiden, du Arschloch. Ja, ich spawn jetzt alle dort. Aber jeder von denen wird sterben müssen. Obwohl, ich habe das Gefühl, die kommen jetzt auch von hier. Und die nicht. Von hier. Auch nicht. Von hier. Von hier müssen die kommen. Ach, ich habe keine Ahnung. Diese Spawns hier in diesem Spiel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, und da kommen sie doch von hinten. Genau da, wo ich eine Sekunde davor gespawnt bin. War irgendwie auch klar. War irgendwie richtig klar. Oh. Nicht gut. Komm, wo sind die denn alle? Hallo? Kommt schon. Versteckt euch nicht so. Habt keine Angst. Ich bin's doch nur, Danny. Oh. Hast du die Sniper dort nicht gesehen, oder was? Hier kennt ein Sniper. Hallo? Wo ist er denn? Oh, hab ich mich erschreckt? Digga, er schreckt mich mal nicht so. Nein, ich will nicht die Sniper wählen. Ich will nicht mit Sniper spielen. Gar keinen Bock jetzt. Gar keinen Bock jetzt, meine Sniper-Skills wieder unter Beweis zu stellen. Okay. Ich höre jetzt über viele Gegner, Alter. Von überall kommen. Okay, der wurde eliminiert. Verbündete Satcom aktiv. Ich freue mich schon auf die neue Konsolengeneration. Und man, ich sterbe die ganze Zeit. Ah. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ach, verdammte Scheiße. Ich muss sagen, ich verkacke das erste Spiel dermaßen. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil mein erstes Spiel ist und ich immer eine Ausstelle habe. Lasst uns mal diese Waffe hier aufheben. Soll ziemlich gut sein oder auch nicht. Keine Ahnung. Bam. Den haben wir weggeholt, kleiner Camper. Campt nie wieder. Verdammte Scheiße, Alter. Ich hasse Messere. Ich hasse sie so. Ich messere nie. Wieso eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt er hier angerannt. Oder auch nicht. Aber hier. Ich verstehe das nicht, Leute. Ohne Scheiß. Ich verstehe das nicht. Das Spiel macht mich fertig. Ich kriege noch einen Anfall. Ohne Scheiß. Sei Gegner. Und ich hol gar keinen davon weg. Ja, wenigstens habe ich den letzten Kill. Und ich bin nicht mein Erster aus dem Team. 22.11. Alter Schwede. Alles klar, Leute. Das war das erste Spiel des Marathons. Und ich werde gleich sofort das nächste Spiel wieder spielen. Und ja, das werde ich dann gleich morgen wieder uploaden. Wahrscheinlich auch so um 16 Uhr oder um 18 Uhr mal sehen. Ich bedanke mich für's zu Ende schauen. Nehmt euch eine Sekunde Zeit, um den Like-Button zu drücken und mich damit zu unterstützen. Und falls euch das Video gefallen hat, außerdem holt ihr euch die Xbox One oder die PS4. Schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem abonniert jetzt meinen Kanal für besseren Sex und mehr Gaming-Videos von mir. Außerdem in der Beschreibung ist jetzt ein Link zu meinem Let's Player-Kanal. Da kommen mindestens genauso viele Videos wie hier hoch. Auf jeden Fall ein richtig geiler Channel. Checkt den aus. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.